Der Sonax Pflegeratgeber Die Sonax Lederpflegelotion ist eine Reinigungs- und Pflegeemulsion für alle Glatt- und Kunstleder. Sie ist geeignet für Auto-Innenausstattung und Motorradkombis, aber auch für Taschen und Ledermöbel in allen Farben. Die Sonax Lederpflegelotion entfernt mühelos Schmutz, Öl, Fett und frischt die Farben auf. Bienenwachs und Silikonöle machen das Leder geschmeidig und schützen es. Kurz nachwischen mit einem weichen Tuch. Nach der Behandlung behält das Leder die ursprüngliche Griffigkeit und wird nicht rutschig. Die Oberflächen sind jetzt UV-geschützt und haben einen angenehmen Lederduft. Der Sonax Pflegeratgeber